Das Friedrichsbau Varieté ist ein wichtiger Bestandteil der attraktiven Kulturlandschaft in Stuttgart und Umgebung und zählt zu den renommiertesten Varietébühnen Deutschlands. In seiner Wintershow Varieté Royale von 5. November 2010 bis 12. Februar 2011 entführt es wieder einmal die Zuschauer in traumhafte Welten. Faszinierende Fabelwesen, atemberaubende Akrobatik und traumhafte Musik, das sind die Zutaten für diese Show, die am 5. November 2010 Premiere feiert. Die Show zeigt Bilder, die unter die Haut gehen und die die Zuschauer in eine surreale Welt entführen. Eine Vision zwischen Unschuld und Versuchung, mit der die winterliche Spielzeit eingeläutet wird. Machen Sie sich auf den Weg ins Friedrichsbau Varieté, um diese große Show live zu erleben. Dies war ein Beitrag von Waldemar Herzog.